Christus, Heiliger Gott. Ich wollte dich auch für alle Familien, für alle Krankenhäuser, für alle Pflegeheimen geben, in denen kranke und alte Menschen die Pflege und Befreude werden. Hilfst du ihnen bei ihrer beantwortungsvollen Aufgabe. Christus, höre uns. Christus, Heiliger Gott. Wir bitten dich, nimm uns alle in deinen Schutz. Dass wir unter den Herausforderungen unseres Lebens nicht zerbrechen. Und lass uns nie vergessen, dass du am Ziel unseres Lebens stehst und uns liebevoll erwartest. Christus, höre uns. Christus, Heiliger Gott. All unsere Gebete und all unsere Bittungen, die wir ausgesprochen haben, wollen wir nun zusammenfassen in dem Gebet, das uns Jesus selber gelehnt hat. Vater, unser, der Himmel, der Heiliger Gott, dein Name, dein Recht, komme, dein Willen gestehe, wie im Jünger und Zorfer, unser technisches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir, auch wir, vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. In den Heiligen ist das Reich und die Kraft und die Ehrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im Wasser und dem Heiligen Geist wurdest du getauft, voll Ende an dir, was er in der Taufe begonnen hat. Im Wasser und dem Heiligen Geist Im Wasser und dem Heiligen Geist Im Wasser und dem Heiligen Geist Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020